Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Customs. Ich war unterwegs und wollte einfach ein bisschen Shooterborn in Heaven machen, da ein paar Kills sammeln und habe zufällig noch irgendwie Tarkov Shooter 8 erledigt. Das ist eine Quest, da muss ich drei PMCs mit einer Bolt Action, mit Headshot töten, ohne dabei zu sterben. Und ja, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich die offen habe, aber ja, ist dann halt so passiert und ja, ist mir während des Raids aufgefallen und ich hatte das ein bisschen falsch auf dem Schirm. Und ich dachte, ich hatte Psycho-Sniper im Hinterkopf mit den fünf Kills, Tarkov Shooter sind nur drei Kills, also das habe ich an der Stelle ein bisschen verdreht. Aber das ist nicht so wild, trotz alledem war das ein sehr, sehr unterhaltsamer Raid mit guten Bolt Action Shots. Ich will es euch nicht zu arg spoilern, deswegen schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live of Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, ein Tag unter dem Video und jetzt viel Spaß. Wenn einer gebannt wird, bekommt man eine Meldung, Raphael. Ein bisschen Utsutsutsutsi. Spohrgehen Spohrgehen Spohr komma Spohr aerospace ald Spohr 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 ist noch etwas gelebt sind sie das? ja ja darf mich nicht ja spieler Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020